Wenn ich euch sage, wie viel dieser Haarreifen kostet, fliegt ihr vom Hocker. Und ich weiß, er sieht an mir nicht mal annähernd gut aus und vom zweiten reden wir schon gar nicht. Ja ne, der zweite ist schon ein bisschen cute, oder? Ich war in der Galerie Lafayette in Paris. Hier gibt es nur die teuersten Marken, also so ziemlich alles, was dir jetzt an teuren Marken einfallen wird, gibt es da. Wir waren nicht dort, um zu shoppen, sondern wegen der unglaublichen Aussicht. Denn man sieht vom Dach auf ganz Paris, aber leider konnten wir nicht aufs Dach, denn das ging an diesem Tag nicht. Deshalb haben wir dort nur aus dem Fenster rausgeschaut, aber dafür habe ich dieses krasse Klosystem gesehen. Über jeder Toilette ist ein Licht, rot oder grün. Und ich finde das mega, weil mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich in ein Klo gelaufen bin, wo jemand vergessen hat, abzusperren. Und man sieht es viel schneller. Und ach so, der erste Haarreifen kostet 370 Euro und der zweite 350. Krass, oder? Und was war das bitte gerade für ein Plottwist?